Nach eurem großen Verrat kommt ihr endlich in das letzte Königreich. Schamloses Verräterschein! Wenn ich euch nicht töten kann, wird Kommandantin Roda dieses Vergnügen haben. Irgendwie, irgendwann wird sie euch in die Finger kriegen. Aber und jetzt werdet ihr sterben, im Namen der Drachentöter. Ich bin gar nicht los. Ich könnte jetzt keine Krankheit tragen. Ich könnte jetzt keine Krankheit tragen. Da ist es! Das wilde Ding, das diese Göttin auf Fleisch und Blut verrichtet hat! Zweigt! Ihr werdet mich so noch treisen! Freiend werdet ihr eure Gebete an mich rüchten, bis eure Stimmbänder reißen! Die Kasteur necesita. Okay... Wulff! War wir sie! Das ist was Ty seven Jahre alt! Weil meine Güte in church passiert sind. Ah! So sieht man sich wieder abstimmen. Ich werde ihn sogar im Tod finden und ihm das antun, was nun gleich euch widerfahren wird. Ich werde ihn wieder auf den Weg in der Nähe des Geist. Ich werde ihn aus dem Weg in der Nähe des Geist. Jetzt! Oh, 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 oh. Ah! 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 Dass ich diesen Augenblick noch erleben darf. Ich habe ganze Bücher mit meinen Vorstellungen davon gefüllt, wie ich euch foltern würde. Eine Bibliothek des Schmerzes. Endlich kann ich die Theorie in die Praxis umsetzen. Nicht mehr euer Turm. Ihr seid hierhergekommen, um zu bleiben. Damian wird der Nächste auf dem Thron sein, während ich eurem Fleisch zeige, was wirkliche Schmerzen sind. Komm, Ratzakel! Essen ist fertig. Zuerst essen wir. Dann bringe ich die Seele unseres Opfers Ratatarus. Ratat. Ratat. Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Not me! Not me! Not me! Not me! Not me! Geh! ARD Text im Auftrag von Funk